Erwachsenenbildnerinnen haben einige Möglichkeiten, die Medienkompetenz zu stärken. Die eigene wie die der Lernenden und die direkt und auch auf indirekte Weise. Indirekt geht das zum Beispiel durch die Wahl der Medien und Quellen, die in Lernangeboten zum Einsatz kommen. Indem Sie selbst medienkompetent handeln, fördern Sie die Medienkompetenz der Lernenden. Zum Beispiel, wenn Sie den Wahrheitsgehalt von Informationen überprüfen oder datensparsame Tools verwenden. Welche Tools das sein können, verrät unser Video zum Thema. Sie können Lernenden vermitteln, dass sie soziale Netzwerke selbstbestimmt nutzen möchten, beispielsweise indem sie sich im Fediverse, etwa auf Mastodon, mit Kolleginnen dezentral vernetzen. Lehrende haben also eine Vorbildfunktion und Sie sehen, es ist auch dann möglich, medienkompetent zu handeln, wenn Medienkompetenz gar nicht das Thema des Lernangebots ist. Im Internet läuft man leicht Gefahr, destruktiven Inhalten zu begegnen. Von Fake News über Hass und Diskriminierung bis hin zu Datenmissbrauch. Ein verantwortungsvoller Umgang mit digitalen Medien und couragiertes Handeln sind also besonders gefragt. Möchte man Medienkompetenz im eigenen Lernangebot direkt zum Thema machen, ist es wichtig, selbst sattelfest zu sein, beispielsweise was Fake News anbelangt. Machen Sie den Newstest und finden Sie heraus, wie gut Ihre Fähigkeiten im Umgang mit Nachrichten im Internet sind. Fake News sind Falschmeldungen, die bewusst in die Welt gesetzt werden. Sie bestehen oft aus reißerischen Meldungen und einer aufgeregten Sprache. Die Quellen sind meist verschleiert oder anonym. Dazu zählen natürlich auch Bilder, die absichtlich in einen falschen Kontext gerückt werden. Sogenannte Deep Fakes werden mit künstlicher Intelligenz erstellt und dann etwa für politische Zwecke missbraucht. Auch der unsachgemäße Einsatz von KI kann zur Verbreitung von Falschnachrichten führen. Um Fake News zu entzahnen, kann zum Beispiel gemeinsam in der Gruppe ein Faktencheck durchgeführt werden. Dabei recherchieren Teilnehmende selbst, ob es sich bei einer bestimmten Nachricht oder einem Posting um eine Falschnachricht handelt oder nicht. Es gibt Seiten wie etwa Mimikama, die den Wahrheitsgehalt aktueller Nachrichten überprüfen und so über Falschmeldungen informieren. Stoßen Sie selbst auf Fake News im Internet, sollten Sie die einer Faktencheckseite melden. Sie können auch direkt der Social Media Plattform Bescheid geben, auf der Sie die Nachricht gesehen haben. Weitere Faktenchecks gibt es bei Korrektiv, dem ARD-Faktenfinder oder auf der englischsprachigen Website Snopes. Begegnen Ihnen im Internet diskriminierende oder betrügerische Inhalte, so können Sie auf der Seite netzbeweis.com ein PDF davon erstellen mit Zeitstempel und haben so ein Beweismittel. Medienkompetenz in Bezug auf Fake News lässt sich auch spielerisch ausbilden, zum Beispiel mit dem Fake News Bingo. Dazu benötigen Spielende den Newsfeed einer Social Media Plattform und die Bingo Karte von Safer Internet. Die gibt es kostenlos zum Download. Lernende können auch ein Online Quiz zu Fake News absolvieren oder im Onlinespiel Bad News selbst Falschmeldungen erzeugen. Alle, die gerne zwischendurch und mobil lernen, können die App Zivilcourage online ausprobieren. Sie fördert durch einzelne kurze Übungen die Kompetenzen rund um Themen wie Fake News oder Cybermobbing. So wird zum Beispiel ein Chatverlauf mit einem Freund simuliert, der eine Verschwörungserzählung sendet. Nutzerinnen können ihre Antwort auswählen und so verschiedene Diskussionsszenarien durchspielen. Häufig drehen sich Verschwörungserzählungen zum Beispiel um die Corona-Pandemie oder den Klimawandel. Studien haben gezeigt, wenn Erwachsene eine Information wiederholt wahrnehmen, steigt die Chance, dass sie den Inhalt auch glauben. Im Umgang mit Verschwörungsmythen macht es also Sinn, die richtigen Informationen anzuführen und zu wiederholen. Kontern sie falsche Behauptungen, indem sie zuerst die richtige Information nennen, dann die falsche Behauptung korrigieren und anschließend nochmals die richtige Info hervorheben. Das nennt sich Wahrheits-Sandwich. Üben Sie diese Vorgehensweise in einer Lerngruppe, um so die Kommunikationsstrategien ihrer Lernenden im Umgang mit Fake News und Verschwörungsmythen zu fördern. Die Broschüre mit Fakten gegen Fake News bietet Anregungen dazu. Generell ist es hilfreich, in Unterrichtssituationen nebenbei für den Wahrheitsgehalt von Aussagen zu sensibilisieren. Geht es um eine bestimmte Nachricht, macht es Sinn zu fragen, berichten auch andere Medien darüber. Gibt es seriöse Quellen oder Belege dafür? Influencerinnen gehören oft nicht zu diesen seriösen Quellen. Dahinter verbergen sich manchmal gezielte Werbestrategien. In Auseinandersetzung mit einem Text können sie Lernende fragen, welche Textsorte liegt hier vor? Was wird hier eigentlich genau vermittelt? So stärken sie wiederum indirekt die Medienkompetenz der Lernenden. Geht es um den Wahrheitsgehalt von Bildern oder Videos, suchen sie im Zweifelsfall nach deren Ursprung. Rückwärtsgerichtete Bildsuchen wie etwa TinEye oder Images von Google ermöglichen es, mit einem Bild zu suchen. So lässt sich herausfinden, ob ein Bild vielleicht ursprünglich aus einem ganz anderen Kontext stammt. Auch in der Formatentwicklung können Erwachsenenbildnerinnen viel im Sinne der Medienkompetenz tun. Sie können sich zum Beispiel von vornherein an bestimmten Leitfragen orientieren, um mit ihrem Bildungsangebot aktiv gegen Verschwörungsideologien beizutragen. Zum Beispiel bietet das Angebot Möglichkeiten zum Austausch und zur Reflexion, entspricht es den Prinzipien der politischen Bildung und vermeidet es eigene Gut-Böse-Konstruktionen. Alle zehn Leitfragen finden Sie in der Broschüre Entschwörung mit Format. Medienkompetentes Handeln erfordert auch den richtigen Umgang mit Hasspostings und Cybermobbing. Erwachsene sind aufgerufen, bei derartigen Angriffen auf einzelne Personen oder Gruppen einzugreifen, wie Björn Kunter von LoveStorm im Interview festhält. Es ist wichtig, bei den Lernenden ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was Beschimpfungen im Netz auslösen können. Die Beratungsstelle ZARA unterstützt bei Fällen von Hass im Netz. Die Methode Bildmemory können Erwachsenenbildnerinnen in Gruppen anwenden, um für Themen wie Rassismus und Diversität zu sensibilisieren. Dabei werden Bilder von Denkmälern verwendet, um eine gemeinsame Diskussion anzuregen und kritisch zu reflektieren, wer öffentlich wahrgenommen wird und wer nicht. Es gibt also einige Möglichkeiten, aktiv gegen Hass im Netz vorzugehen. Sie finden im Modul viele weitere Lernmaterialien zur Medienkompetenz, die Sie selber nutzen und Ihren Lernenden zur Verfügung stellen können. Etwa eine Aufzeichnung des Web Talks zu Fake News und Hate Speech, ein Interview mit André Wolf von Mimikama, Tipps zum Schutz vor Internetkriminalität oder Einblicke in einen professionell durchgeführten Faktencheck. Wir haben uns nun einen Überblick verschafft, wie Medienkompetenz im Bildungsalltag gefördert werden kann. Die nötigen Fähigkeiten können Lehrende und Lernende trainieren. In der Gruppe selbstständig und mobil am Smartphone.